ja einen wunderschönen guten tag eure miracle keepers sind hier und ich präsentiere euch heute meine lieblings top 4 von der schwarzen serie von reise nach nix und ich würde sagen wir beginnen gleich mit der verzauberung gorgo blut für zwei beliebiges mana ein schwarzes können wir eine kreatur unserer wahl verzaubern und die verzauberte kreatur hält plus 1 plus 3 und todes berührung eine recht günstige verzauberung karte wie ich finde bei die schwarzen karten in der reise von nix da die anderen eigentlich recht teuer sind hexereien etc und ich habe mir die ausgesucht weil sie irgendwie meine lieblings karte ist und ja persönlich würde mich interessieren was eure lieblings zauberei verzauberung ist und ich würde sagen wir gehen gleich weiter zum blutrünstigen hoblid für ein beliebiges ein schwarzes mana eine kreatur 2 1er mit heroisch fähigkeit und immer wenn er ziel von einer von ein zauberspruch wird bekommt er eine plus 1 plus 1 marke dazu und wenn er natürlich eine plus 1 plus 1 marke bekommt können wir eine plus 1 plus 1 marke vom gegner von einer kreatur entfernen auf jeden fall sehr zu empfehlen für standard wird sicher den ein oder öfteren mal gespielt werden graz finde ich interessant wenn man gegen ein anderes heroisch steck spielt ihm schön die marken entfernen ist auf jeden fall viermal spielbar würde ich stark behaupten ja gehen wir gleich weiter zum schauderbalk versteinerer für zwei beliebiges ein schwarzes mana kreatur mini taurus zwei dreier mit todes berührung und wenn er natürlich ins spiel kommt bekommen all unsere mini tauren auch todes berührung ja ich persönlich finde ihn sehr interessant aus mini taurus bin aber gespannt ob er überhaupt fuß fassen kann bei dem mini tauren deck ob er sein plätzchen findet da drin wenn man gespannt standard wird sicher dass eine oder andere mini tauren deck entwickelt werden und ja freue mich richtig darauf ob er seinen platz finden wird kommen wir zur letzten karte von meine top 4 den nabenbalk grüppel für ein schwarzes mana 2 1er wenn er ins spiel kommt kann er aber leider nicht blocken und er hat zusätzlich noch göttergabe dabei das heißt wir können ihn für göttergabe wirken für drei beliebiges ein schwarzes mana können wir eine kreatur damit verzaubern im prinzip und die verzauberte kreatur erhält dann plus 1 plus 2 plus 1 und kann genauso nicht blocken ich finde dass das nicht blocken ein eher leichter nachteil ist würde ich mal sagen weil das mini tauren tag natürlich sehr auf aggro aggressivität arbeitet und da ist blocken eigentlich eher ein defensiver bereich und das wollen wir nicht dazu ja ich persönlich das sind meine top 4 schwarzen karten von reise nach nix würde mich sehr über zahlreiche kommentare freuen was eure lieblings karten sind in der schwarzen serie und ja lasst einen daumen da abonniert uns wir freuen uns über jedes abonnent was neu dazu kommt und diskutiert fleißig mit bei uns und ich wünsche euch noch einen schönen tag eure miracle keepers bis zum nächsten mal tschüss was großartig ist Untertitelung des ZDF, 2020